Friedrich Merz mag ein schickter Verhandler, ein begabter Politiker und auch ein talentierter Jurist sein. Von Wirtschafts- und Finanzpolitik hat er allerdings keine Ahnung. Wenn du wissen willst, warum Friedrich Merz ein schlechter Finanzminister wäre, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik. In diesem Video sprechen wir über Friedrich Merz und dessen Wirtschaftskompetenz bzw. Inkompetenz. Armin Laschet hat Friedrich Merz jetzt in sein Wahlkampfteam berufen und zwar ausdrücklich wegen seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz. Gut, wer wie Armin Laschet daran glaubt, dass uns das Wetter und der Sommer aus der Pandemie befreien würde, der glaubt auch daran, dass Friedrich Merz Ahnung von Finanzpolitik hat, nur weil er neoliberale Floskeln auswendig aufsagen kann und Aufsichtsratmandate im Finanzbereich gesammelt hat, wie andere Leute Briefmarken. Merz hatte unter anderem Aufsichtsratmandate bei BlackRock, bei der AXA, bei der Deutschen Börse und bei der Commerzbank. Weil Merz in der CDU ja als der Wirtschaftsfachmann gilt, habe ich mal recherchiert und genauer hingeschaut, was Merz denn wirklich so konkret in Sachen Wirtschafts- und Finanzen so sagt. Und eins fällt sofort auf, Merz bleibt sehr oft, sehr vage, sehr unkonkret und spricht in Floskeln. Hier jetzt trotzdem vier Beispiele, die zeigen, warum Friedrich Merz von Wirtschaft und Finanzpolitik nicht viel versteht. Erstens, Merz und die Liquiditätsfalle. Viele haben es bestimmt neulich mitbekommen. Aus der Ökonomenlandschaft gab es fast sowas wie ein Shitstorm gegen Merz und die Süddeutsche hat dem Ganzen sogar einen ganzen Artikel gewidmet. Worum geht's? Es geht um diesen Tweet. Friedrich Merz ließ sein Team folgendes tweeten. Der Bundeshaushalt steigt auf ein Volumen von 550 Milliarden Euro. 240 Milliarden Euro davon sind neue Schulden. Deutschland und die EU sind mit ihrer Finanzpolitik da angekommen, wo sie niemals hätten hinkommen dürfen. In der Liquiditätsfalle. Klingt clever? Ist es aber nicht. Denn das, was Ökonomen unter Liquiditätsfalle verstehen, hat nichts mit Schulden zu tun. Die Liquiditätsfalle beschreibt die Situation, in der die Geldpolitik es nicht mehr schafft, mit weiteren Zinssenkungen die Wirtschaft anzukurbeln. Der Tweet hingegen suggeriert, dass Finanzminister Olaf Scholz und seinen europäischen Kollegen bald das Geld ausgeht wegen der ganzen Schuldenmacherei und es Liquiditätsprobleme für die Staatskasse gibt. Was natürlich Quatsch ist. Um dazu nur zwei Zahlen zu nennen. Der Bund hat im ersten Quartal 2 Milliarden Euro Zinseinnahmen mit dem Verkauf von Staatsanleihen, also dem Schuldenmachen, gemacht. Und die Banken, die dem Staat die Anleihen abkaufen, haben viel mehr Gebote abgegeben, als der Staat letztlich an Anleihen verkauft hat. Das heißt, Olaf Scholz hätte ganz easy noch viel mehr Staatsanleihen günstig verkaufen können. Der Witz daran ist, die europäische Wirtschaft befindet sich seit Jahren tatsächlich in der Liquiditätsfalle. Also in der wirklichen Liquiditätsfalle, wie Ökonomen sie meinen. Denn die Geldpolitik ist bei Niedrig- und Nullzinsen angekommen, aber die Wirtschaft springt nicht an, weil die Fiskalpolitik in der Eurozone seit Jahren im Koma liegt. Die Lösung für dieses Problem wäre, dass Olaf Scholz und seine europäischen Finanzministerkollegen aufs Gaspedal treten, mehr Geld ausgeben, mehr Schulden machen, etwa um Investitionen in Klimaschutz zu tätigen und damit die Wirtschaft anzukurbeln. Also das genaue Gegenteil von dem, was Merz Tweet suggeriert. Passend dazu sagte Friedrich Merz an anderer Stelle das hier. Der Haushalt steht auf einem immer wackeliger werdenden Turm von Schulden, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen und die in nicht allzu ferner Zukunft mit höheren Zinsen belastet werden. Auch die EZB, die Europäische Zentralbank, wird dies nicht verhindern können, selbst wenn sie den gegenteiligen Eindruck erweckt. Auch das ist völliger Kokolorus. Denn wie in meinem Video zur Geldpolitik schon mal erklärt, die EZB kann die Zinsen auf Staatsanleihen nach Belieben steuern. Erstens, indem sie den Zins festsetzt, zu dem die Banken sich Zentralbankguthaben bei der EZB leihen können, mit dem die Banken dann wiederum die Staatsanleihen kaufen. Und zweitens, indem die EZB selber Staatsanleihen kauft und mit der Nachfrage sicherstellt, dass der Zins niedrig bleibt. Merz hingegen glaubt wahrscheinlich, dass Olaf Scholz sich das Geld deutscher Staatsbürger leiht, wenn er Staatsanleihen verkauft. Ein häufiges Missverständnis, blöd, wenn es ausgerechnet einem CDU-Wirtschaftsexperten passiert. Wie sagt man im Fußball? Knapp vorbei ist auch daneben. Zweitens, Aktien und langes Schuften gegen Altersarmut. Angesichts der gestiegenen Staatsschulden, die den Staat überlasten, und der alternden Gesellschaft macht sich Merz Sorgen um den Rententopf. Wie sollen die Renten in Zukunft noch bezahlt werden? Seine Antworten, erstens, die Leute sollten länger arbeiten, was de facto einer Rentenkürzung gleich käme, und zweitens, die Leute sollten Aktionäre werden, was der Staat steuerlich dann bevorzugen sollte. Gut, mit Blick auf Merz' Aussichtsratposten und seinen engen Draht in die Finanzwirtschaft verwundert es wenig, dass Merz sich für die Aktienrente stark macht und diese steuerlich bevorteilen möchte. Aber wie sinnvoll ist diese Position? Nun, wenn Merz damit die Altersarmut bekämpfen will, dann schauen wir uns doch mal an, wer sich dieses Aktiensparen überhaupt leisten kann. Das sind natürlich die, die schon viel haben oder viel Einkommen generieren. Die Hälfte der Bevölkerung hingegen besitzt unterm Strich fast nichts. Die haben kein Nettovermögen. Die unteren 10% sind sogar verschuldet. Und außerdem haben wir den riesigen Niedriglohnsektor. Da ist Aktiensparen aber mal gar nicht auf der Agenda. Und auch der Ruf nach einem späteren Renteneintritt wird immer lauter aus liberalen und konservativen Kreisen. Man fragt sich doch, wenn die CDU 16 Jahre regiert hat und so tolle Politik gemacht hat, wie kann es dann sein, dass wir länger arbeiten müssen? Ist die Wirtschaft nicht durch die ganzen Investitionen viel produktiver geworden? Genau da hakt die Geschichte nämlich. Die CDU hat versagt. Wir haben Investitionsstau und lahmende Produktivität. Genau das ist aber die Achillesferse für die Rente. Denn das Geld für die Leute zu erzeugen, das zu verteilen, ist easy. Aber wir müssen sicherstellen, dass unsere Wirtschaft noch genug produziert, wenn weniger Menschen arbeiten. Dafür braucht es Produktivität. Und genau hier hakt es. Das Problem da dran, und das kann niemand checken, der im ökonomischen Mainstream unterwegs ist, wenn die Leute mehr sparen, dann geben sie weniger aus, dann machen die Unternehmen weniger Umsatz, dann fahren die Unternehmen ihre Produktion zurück und dann gibt es weniger Güter zu verteilen. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen, wenn immer weniger Menschen mitarbeiten sollen. Das heißt, hier beißt sich die Katze schön in den eigenen Schwanz. Drittens. Klimaschutz nur durch technologische Innovation. Als wahrer Wirtschaftsliberaler gibt Merz dem Markt natürlich sein ganzes Vertrauen. So auch in Sachen Klimaschutz. Der Markt soll es richten, und zwar durch Technologie und innovative Wertschöpfung. Merz tweetet dazu folgendes. Klimaschutz ist wichtig, aber jeder Satz, der so anfängt, ist schon Horror. Wir müssen immer auch Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit, klassische neoliberale Floskel, unserer Wirtschaft im Blick behalten. Die Herausforderungen des Klimawandels können nur durch Technologie gelöst werden. Daher brauchen wir innovative Wertschöpfung im Land. Das Problem, Merz denkt ja, der Staat wäre jetzt finanziell überfordert. Er will zurück zur Schuldenbremse und die Ausgaben einschränken. Industriepolitik und Investitionsoffensive stehen gerade nicht auf seiner Agenda. Die Frage ist also, wie soll der Markt dann innovativer werden? Die Frage kann Merz nicht beantworten. Es bleibt eine leere Sprechblase. Denn Private investieren dann, wenn kurz, mindestens mittelfristig Profite absehbar sind. Unsicherheit ist Gift für den Markt. Firmen hassen große langfristige Risiken. Das ist nun mal die BWL-Logik. Grundlagenforschung und langfristige, risikobehaftete Investitionen, die tatsächlich neue Märkte schaffen, kann nur der Staat übernehmen. Nur er kann so viel Risiko schultern und hat die finanzielle Kapazität, um auch Fehlentscheidungen und Fehlinvestitionen im Zweifel wegzustecken. Wenn das irgendwann läuft, dann kommen die Privaten und springen auf den Zug auf. Wer den Zug aber gar nicht anschieben will, braucht auch nicht darauf zu hoffen, dass irgendjemand aufspringt. Ich bin mir ziemlich sicher, mit Friedrich Merz und seinen wirtschaftspolitischen Ansätzen würden wir den Planeten ziemlich sicher vor die Wand fahren. Viertens, Friedrich Merz ist Fan von Lars Feld. Als die Amtszeit von Professor Lars Feld im Sachverständigenrat der Bundesregierung den sogenannten Wirtschaftsweisen endete, zeigte sich Merz schwer enttäuscht. Es ist mehr als bedauerlich, dass sich die Bundesregierung in der größten Krise der Nachkriegsgeschichte nicht dazu durchringen konnte, ihren wichtigsten, wichtigsten Wirtschaftsberater an Bord zu halten. Insgesamt ist mir aufgefallen, dass Merz sich sehr viele Positionen von Feld zu eigen macht. Warum das problematisch ist, warum Feld eine neoliberale Sprechpuppe, aber kein guter Ökonom ist, habe ich zuletzt in diesem Video ausführlich geschildert. Soweit zu Friedrich Merz und seinen Auffassungen in Sachen Wirtschaft und Finanzen. Bleibt nur zu hoffen, dass Armin Laschet mit seiner Affinität für widersprüchliche und ungeschickte Aussagen ist, schafft die CDU wirklich auf die Oppositionsbank zu führen. Dann bleibt uns Friedrich Merz nämlich erspart. Armin, ich traue es dir auf jeden Fall zu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du ein Like da lässt, ein Abo da lässt und die Glocke aktivierst. Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare hauen und ansonsten, ich hoffe, du bleibst gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.